so hallo zusammen heute zeige ich euch wie man eine kleine falle bauen kann und zwar sieht die ganze falle danach so aus hier könnt ihr eure sachen lagern an die nicht jeder rankommen soll ihr könnt nämlich dann darauf zugreifen wenn ihr hier euren coolen geheimen schalter betätigt natürlich lasst ihr nicht so offensichtlich herum stehen wie ich es jetzt gerade zu den könnt ihr sicher besser verstecken als ihr als ich momentan sorry so meint ich natürlich genau ihr legt den schalter um dann könnt ihr auf eure tool zugreifen könnt euren schatz hier reinlegen was auch immer das sein soll ohne dass jemand anders zugreifen kann wenn ihr wieder geht macht den schalter aus und dann kommt der nächste unwissend her will gucken was eure truhe ist und fällt direkt in die lava so einfach geht das ganze jetzt zeige ich euch direkt wie ihr das bauen könnt und dazu braucht ihr erstmal ein mindestens ich würde sagen drei auf drei loch welches auch drei tiefes ihr könnt das ganze natürlich noch ein bisschen größer machen weil die truhe kann ja von weiter weg aktiviert werden sie kann natürlich von jetzt auch naja perfekt so also sie könnte auch vom sicheren bereiches aktiviert werden hier können natürlich den bereich abgrenzen die bei wände hin baut aber hier vorne könnt ihr das ganze noch erweitern dass man nicht meine truhe hinkommen und sich auf dem teppich befinden muss also mindestens bis hier ich zeige es wie gesagt nur ein 3 auf 3 platz um zu zeigen wie das ganze eben funktioniert ihr könnt das ganze dann größer bauen wenn ihr lustig seid so hier oben brauchen wir erst mal unsere coole eingeklemmte truhe das ist wichtig die senden dann keine redstone signal aus je mehr redstone je mehr leute auf das auf die truhe zugreifen je größer wird das ausgangssignal wir kriegen ein signal von 1 wenn ein spiel darauf zugreift das heißt hier leuchtet es gerade noch so deswegen machen wir direkt hier unsere fackel an invertieren das ganze signal und verstärken es auch somit dann nehmen wir hier noch eine sticky piston beziehungsweise ihr könntet auch wenn ihr keinen bock auf das sticky piston nehmt einfach normale piston und packt oben sand oder kies drauf falls ihr lebensmodus noch keine slimes gefunden hat also geht natürlich jetzt mit dem block wenn die normale piston hätte nimmt kies oder sand dann geht es auf jeden fall wenn wir das ganze so gemacht haben können wir hier an dem block nachher nach unten gezogen und schilder anbringen ich nehme jetzt mal die schilder so hier weg also einfach die schilder aneinander wichtig ist nur die nächsten schilder müsst ihr jetzt an diese schildern machen wenn ihr hier sie nachher hin macht werden sie nachher nicht runterfallen ihr müsst sie jetzt alle hier anbringen ich bin selber hier seitlich an genauso hier und genauso hier so und so und so das reicht denn hier oben drauf können wir jetzt unseren teppich legen das ganze einmal so natürlich ich glaube wir können natürlich auch wenn ihr wollt ich schnee hier drauflegen ich lege natürlich jetzt teppich ist einfach schöner würde auch besser besser passen wenn das ganze in eurem haus baut in dem teppich schon liegt ich mache hier so ein kleines muster rein müsst ihr nicht machen könnt ihr machen wie ihr wollt dann ganz wichtig noch für den hebel der euch nachher sichert dass die truhe euch nicht in die lava schickt wenn ihr sie öffnet könnt ihr das ganze einmal so machen ich brauche schnell einen block dazu nehme ich nicht sand sand stein wollte ich so rum irgendwo könnt ihr jetzt einen hebel machen ich kann euch noch ein paar geheime inputs zeigen die man nicht so einfach erkennen kann jetzt mal müsst ihr selber noch wissen wie ihr den am besten versteckt ich zeige euch nur wie ihr den hebel anbringt und zwar so das muss dann nachher hier auf den reds und das treffen direkt an die pisten ihr könnt ihr das auch jetzt hier von der seite in die pisten reingehen lassen das ist komplett egal die piste muss auf jeden fall bepowert werden auch wenn dieses signal nachher weicht denn wenn wir jetzt hier ich zeige es euch mal anmachen dann wird die pisten auf jeden fall offen gehalten auch wenn ich jetzt hier zugreife und dann diese fackel ausgeht und eigentlich die pisten einziehen lassen würde aber durch das dass dieser schalter an ist wird die pisten weiter ausgefahren wenn ich jetzt weg mache würde sie gleich einfallen das machen wir aber noch nicht wir bauen erstmal einen sandstein ihr nehmt hier nämlich noch einfach eine wand außenrum dann oben drüber könnt ihr natürlich eine treppe setzen dann seht ihr nicht da was dahinter zum abläuft möglichkeit treppe in gleichem material wie ihr eben wollt dass man die tue eben noch öffnen kann und dann war es das ganze auch schon nach unten wird natürlich noch lava hin machen ich habe es hier nichts hin gemacht ist ja ihr könnt auch machen dass es immer sau tief runter fällt und dadurch stirbt dann könnt ihr die sache noch aufsammeln paar hopper hin machen dann habt ihr noch einen vorteil durch das dass wenn leute in eure falle laufen das einzige blöde natürlich ist wenn die falle ausgelöst ist muss man wieder die schilder anbringen und den teppich anbringen ist ein bisschen nervig wenn ihr dann noch ein paar andere fallen sehen wollt sagt mir einfach bescheid ich habe da ein paar coole auf lager die nicht jedes mal wieder neu aufgebaut werden müssen in dem sinne sondern die man dauernd wieder verwenden kann um in den tod zu stürzen oder zu verbrennen wie auch immer also genau wenn wir jetzt den hebel an machen dann kann man auf die suche zugreifen ohne dass etwas passiert wenn ich das nicht mache und auf die zugreifen würde ich direkt nach unten fallen genau das war es auch schon wieder zu diesem tutorial ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns im nächsten video bis dann